Hallo liebe Leute, heute spielen wir wieder Yes or No aus dem Spiel in der Action. Dazu stelle ich fünf Fragen an die Gertin und sie muss es beantworten. Hast du schon einmal einen Körperteil mit dem Kopierer kopiert? Habe ich das? Ich glaube nicht. Doch, habe ich. Und sogar mehrere Körperteile. Magst du da näher drauf eingehen? Ja, also wie war das? Der typische Kopo. Nein, so weit war es nicht. Aber wir haben Hände, Gesicht, haben auf jeden Fall mal kopiert. Da war ich zwölf und da haben wir den Kopierer bei der Schule entdeckt und das war für uns ja, der Highlight in der Freistunde. Hände, alles kopiert. War lustig. Glaubst du an Außerirdisch? Tue ich das? Ja, dir traue ich sogar zu, dass du dein Außerirdische glaubst. Ja, das ist richtig. Ich glaube an Außerirdische. Allerdings nicht an diese grünen Männchen oder so, sondern eher die liefere Formen. Wir Menschen haben ja selber über einige Zehntausend Jahre gebraucht, dass wir intelligent genug geworden sind. Also wird es wahrscheinlich bei der und der auch so dauern. Und ja. Das heißt, es gibt noch andere Wesen von uns herum. Auf jeden Fall. Ja. Hattest du schon mal einen Gips? Ich bin auch wieder ein bisschen schusselig. Ich nehme an, du bist schon mal über das eine oder andere drüber gestolpert mit fatalen Folgen. Ja. Was? Ich hatte noch nie einen Gips. Ehrlich. Hattest du schon mal ein blaues Auge? Nein. Ich sage nochmals ja. Nein. Ah nicht. Es gibt schon nicht. Die letzte Frage. Kannst du mit den Ohren wackeln? Kann ich das? Du kannst mit den Augen vor einem Rewasten schneiden. Ich nehme mir auch die Ohren genau mit. Ja. Aber das wurde passiert. Also nach hinten und nach vorne. Aber da muss man sich sehr konzentrieren. Sehr gut. Wenigstens zwei Fragen. Es geht jetzt nicht live. Vielleicht ein bisschen. Ja. Also, dann musst du Gerte leider noch ein bisschen üben. Ja. Aber es kommt bestimmt ein nächstes Mal und dann hast du eine neue Chance. Danke.